Hallo zusammen und Willkommen zu Episode 7 von HotSpringStory. Ähm, ich weiß nicht so genau, wo wir beim letzten Mal stehen geblieben sind, aber ja, schnacken wir nicht lang, richten wir das Mikro nochmal so, wie es sein soll. So, nein, so, und dann schauen wir doch einfach mal, wo wir beim letzten Mal bei unserem kleinen schicken Onsen hängen geblieben sind. Äh, okay, okay, ja, das sieht doch, sieht doch soweit ganz gut aus. Ah, wir haben beim letzten Mal noch eine Advertise-Campaign gestartet, okay. Das heißt, schauen wir unsere Eingängen uns mal an, dürften wir jetzt jede Menge Kunden wiederbekommen. Kohle sieht soweit auch ganz gut aus. Jetzt hoffe ich nur nicht, dass ich überbucht bin. Nee, dürfte aber nicht passieren. Ach, und der Rube rollt so richtig schön, herrlich. So, gefällt mir das. Genau, wir hatten ja beim letzten Mal hier hinten in der Ecke noch, äh, zwei Bäder hingepackt, weil, äh, es hier in der Ecke mehr, ähm, einzelne Zimmer gab als Bäder. Und, äh, am Ende des Tages sind wir ein, ja, wie soll ich sagen, ein Onsen mit Übernachtung und kein Hotel mit Onsen. Deswegen haben wir da nochmal, weil eigentlich sind es immer noch zu wenig Bäder. Ja, wir haben zwar auch die beiden Großen, aber, äh, auch für die Gäste, die zum Beispiel nur, ähm, am Tag kommen, also die nicht übernachten, haben wir eigentlich zu wenig Bäder. Boah. Und 55.000 monatliche Kosten. Nicht schlecht. So, dann gucken wir mal, was unsere Investitionsliste macht. Nee, Buildings. Neue Buildings, echt? Was haben wir denn? Ach so, den Eingang zeigte mir immer noch als Neue an, okay. Ja, ha, verdammt. Die Beauty-Dame steht ja auch immer noch aus, bei der wir es beim letzten Mal krampfhaft immer und immer wieder versucht haben. Ähm, ja, ich wollte mal nachgucken, mit, äh, was man die Beauty-Dame denn, wie soll ich sagen, bezirpsen oder begeistern kann. Ich hab natürlich nicht nachgeguckt. Aber, wir laden sie jetzt trotzdem nochmal ein. Jetzt müssen wir mal richtig einen Raum wählen, das kennen wir ja schon. So. Der wird für sie jetzt reserviert. Und dann, schauen wir mal. Wir haben glaube ich ein bisschen was drumherum gemacht. Ah. Bamboo ist ganz viel da. Und schschschschschschschschschschschschsch. Schweineteuer. Okay, aber sie geht ja immer so ein bisschen hier unten in diesen Bereich. Da wollen wir doch mal hier fix ein wenig umgestalten, der kommt weg und Bamboo kommt rein. So, da habe ich gerade ein böses Knacksen im Ohr hatte, ich möchte mal kurz mein Handy in die Ecke bringen und ganz weit wegschmeißen. So, ich hoffe jetzt knackst du es nicht mehr. Äh, wo war ich stehen geblieben? Ähm, genau, wir haben unten jetzt Bamboo hingepackt, sorry für die Unterbrechung. Ja, könntest du auch rausschneiden, Entschuldigung, aber hier ist Authentität gefragt, Authentität? Nein? Das soll authentisch sein, mein Gott. Machen wir uns hier nichts vor. Ähm, genau, Raum ist reserviert. Mit Bamboo haben wir noch ein bisschen aufgewertet, weil die Dame ja gerne den Stuhl benutzt, beziehungsweise das Restaurant. Jetzt gucken wir ja gerade, ob wir für das Restaurant noch was haben. Green Tea, Price, nehmen wir mal einen Green Tea. Und jetzt gucken wir mal einen Preis hier oben drauf. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Der nächste Morgen, da ist er eigentlich, bingo, da ist er auch schon. Und Traumelwirbel. Wenn es weniger als 10 für den Raum gibt, kann man es eh knicken. So wie beim Western Room. Da ist er total abgekackt. Ach, 7. Warum denn auf einmal 7? Früher gab es doch immer 10. Pinkelischer geworden, oder was? Finde ich echt ungeil. Oh Gott, nur 3 für das Bad. Ja, komm, weg ist es. Das hat sich erledigt. Ja, jetzt geht es vielleicht noch auf den Massagesessel. Ja, Pingo. Aber da wird es auf keinen Fall... Oh Gott. Desaströs möchte ich das nennen. Das war es beim letzten Mal, glaube ich, auch schon. Aber das ist ja... Oh mein Gott. Und es ist auch nur 7. Wie kann man die denn nochmal... Ich weiß es nicht mehr. Womit man die irgendwie beeindrucken kann. Scenery scheint es nicht zu sein, weil die ist echt überdurchschnittlich hoch. In dem Fall. Nee, ich weiß es nicht mehr. Tun wir nochmal späschern. So. Nein. Ich wollte zu den... Investitionen. Machen wir mal... Die Charge ist mir noch zu teuer. Eine Arcade. Komm. Ja. Ja. Wenn es mit der Schönheit schon nicht klappt, dann klappt es auch nicht mit Zocken. Oh, schon bei 14% läuft. So, dann schauen wir uns die In-Popularity gerade mal an. Die liegt bei 86. Das ist gar nicht so verkehrt. Die Prefectural Springs Votes kann ich mir jetzt leider nicht angucken, weil die im nächsten Monat schon gezogen werden beziehungsweise bekannt gegeben werden. Bin schon mal gespannt. Da kann ich mich noch dran entsinnen. War beim letzten Mal, glaube ich, gar nicht so schlecht gewesen. Da sind sie auch schon. Na dann los. Manager mit 482 Punkten. Merci vielmals. Oh, über... Ja. Ein bisschen weniger als 200 Punkte mehr. Läuft. Und noch 100.000 Steine als Premium drauf. Das ist ja schön. Ja, wir bleiben bei dem Guide. So, gleich mal schauen, ob ich meine Targets eventuell noch umstellen. Aber jetzt hören wir uns ihr Kommentar erst nochmal an. Von der Beauty-Dame. Ja, ja, ja. Hm. No. Okay. Äh, Invest. Advertise, okay. Ja. Beauty-Dame ist klar. Target Stacks, 49, 29, 20. Ja, das passt doch eigentlich ganz gut. Aber investen wir aber jetzt nochmal eine Advertise oben drauf. Und dann gucken wir mal, dass wir hier diese kleine leere Ecke ein wenig füllen. Ich habe aber auch schon eine Idee, womit. Ich habe auch schon eine Idee, womit. Das ist ja beliebt. Ein Mushroom. Okay. Ich brauche ein Item, was man braucht, um gewisse Wortfindungsprobleme. Äh, braucht man auch um gewisse Standorte nicht, nein, Environments auch nicht. Ja, um halt Sachen zu boosten. Boah, ist ja schwer heute. Naja. Okay, das Ding ist jetzt, äh, ach nee, doch, nee, ich dachte, ich dachte, wir müssen hier irgendwo einen Baum rausnehmen. Müssen wir aber nicht, weil wir haben hier noch einen Weg von der Rezeption weg. Dann machen wir das jetzt mal einfach einen Weg hier hoch. Komm, da, zip, da. So, jetzt ist das Bad da hinten praktisch abgeschlossen. Jetzt gucken wir gerade mal, dass das, oh, das hat eine 28er Scenery. Wir haben einen Stein weggehauen, den hauen wir da jetzt wieder hin. Stein, Stein ist zwar nicht viel, aber besser als Oranges, hier gucken wir mal, äh, bei Bufe 100.000, ne, das ist immer dafür das Bad zu viel. Nehmen wir, ja komm, räumchen da hinten und da hinten, ach so, gehen da zwei, okay. 44, ja, läuft. So, jetzt habe ich hier so einen, ups, ah, okay, das freut mich natürlich, wenn die Ad-Campaign, gucken wir gerade mal. Ja, das war doch, ja, war jetzt nicht überragend, aber das war okay. Erstmal die Arcade noch. Ne, wir bauen erstmal. So. Äh, was hatte ich vorgehabt? Genau, ich hatte vorgehabt, hier oben ein Bad hinzumachen und zwar eins für die Damen. Da wir hier das große Bad für die Herren haben, kommt hier ein kleines für die Damen. und hier unten hin. Ja, ne, nicht direkt hinter die Rezeption. Da lassen wir noch ein bisschen Platz. Und zwar... Ne, da wollte ich nicht hinfahren. Da habe ich hin. Oder wo ist eigentlich... Äh, müssen die getrennt sein wegen dem Lärm oder nicht? Ich habe das jetzt auch wüsste. Ne, ich weiß es nicht mehr. Macht aber nichts. Ähm. So, da hin. Hm? Ach, ich muss nicht verzählen. Da hin. Ja. Nein, aber hier müsste noch gehen. Ja. Das ist ja schon. So. Ich bin ja fast versucht, den, ähm, den, äh, weißt du... Nee, kein Western Room. Nein, nein, nein. Kein Western Room. So. Komm hier jetzt ins Zimmer hin. Und hier noch ein wenig Grünfutter. Damit es auch hübsch aussieht. Okay. Äh, wie machen wir das jetzt? Wir machen hier hinten auch da Grünfutter hin. Und in die Ecke machen wir... Was machen wir denn in die Ecke? Restaurant habe ich schon zwei Stück. Ach, komm, aber ne Wendingmaschine. Komm da hin. Das war doof. Aber macht nichts. Ich hätte so eigentlich, ne, ein Feld weiter vorne hinsetzen können. Dann hätte ich hinten dran noch was machen können für die Salary. Aber das ist jetzt... Jetzt ist es zu spät. So. Die haben natürlich jetzt als Salary nicht das Beste. Das ist klar. Aber das ändert sich dann, wenn wir umdekorieren. Ich hatte ja in den anderen Folgen schon mal erwähnt, dass irgendwann der Punkt kommt, wo man dann sagt, alles klar, okay, jetzt bin ich so stinkereich und hab so viel Geld. Jetzt ersetzt. Jetzt ersetzt sich alles durch Bamboo oder ähnliches. Oder Laternen zum Beispiel. Laternen sind auch noch ganz gut. Können wir hier gerade mal gucken, haben wir hier so eine Art Ranking. Also das hier und das hier haben die Nils-Rixen-Sanary-Werte. Dann kommen wir Steine, Azalea. Laternen ist noch ganz okay. Laternen kriegt man später im Shop glaube ich auch am meisten. Ja und dann kommt halt Mapletree und Plumtree. Die sind mit dem Pond zusammen am besten. Aber den Pond kann man halt natürlich auch nicht überall hinstellen. Ah, ich wusste doch mit dem Arcade kam noch irgendwas dazu. Okay. Jetzt können wir eine Zockerhalle noch aufmachen. Kommt genau zum falsch richtigen Zeitpunkt. Erstens habe ich kein Geld. Ja, der Manager auch nicht. Ähm, erstens habe ich kein Geld und zweitens auch keinen Platz. So, aber es freut mich, dass die Bäder benutzt werden. Das ist schon mal sehr schön. So. Okay, und das hier oben wird auch benutzt. Ja. Schön. Hat sich das doch schon mal gelohnt. So, heute drücke ich ein bisschen öfters auf Save. Äh, mich nicht wundern, weil, äh, ich habe noch ein, ähm, ein anderes Spiel für, also ein anderes Kairosoft-Spiel. Das ist mir schon öfters abgeschmiert. Und da ich nicht will, dass mir das hier auch passiert. Obgleich es eine Autosave-Funktion gibt. Äh, äh, save ich heute, äh, ich speichere ich heute, äh, ein klein wenig öfters. So. Da hinten könnten wir noch was hinpacken. Da packen wir noch was hin. Okay. Okay. Einfach um die Lücken zu füllen. Ich meine, da kann ich nichts hinbauen. Also noch nichts hinbauen. Und, ähm, damit der Platz nicht verschwendet ist, kann man da ruhig, ähm, ein bisschen was hin machen. So. Dann kriegt der Raum nochmal ein bisschen was. Und der Raum auch noch. Ja, das, das schickt. Das Restaurant vielleicht auch noch ein bisschen was. Apropos, was haben wir hier unten? 82. Oh Gott. Hm. Ich weiß nicht, was ich mit dieser blöden Beauty-Dame anstellen soll, so leid es mir tut. Äh, aber ich habe das nicht so schwer in Erinnerung irgendwie. Weiß auch nicht. Weiß auch echt nicht, mit was für einem Wert man die hochbringen kann. Ähm, ich weiß es nicht mehr. Obwohl, es gibt ja, die Räume haben ja auch einen Wert, äh, nein, nicht die Pflanze, die Räume, äh, bei dem es um Male und Female geht. Vielleicht, vielleicht, sollte ich mir, hm, es gibt doch, eine Info-Facility. So. Hier ist die falsche. In Info-Complicative. Nee. 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 Da gab es doch eine Info, wo man sich die Dinger angucken kann. Achso. Äh, das sind die Bonus-Dinger. Genau, hier kann... Ja. Ja, Spoiler ist nicht. Egal, kann man sich das hier angucken. Ähm, das sind jetzt Räume, die ich noch, äh, bekommen kann. Also, das ist eine, was ihr rechts seht, ist, ähm, K.O. Raum. Die beiden habe ich schon. Eine Bar kriege ich auch noch. Hoffe ich zumindest. Wahrsagerin. Wobei, Wahrsagerin... Fortune-Teller müsste ich eigentlich schon haben. Zumindest habe ich ihn als Target. Hm. Okay. So, was haben wir noch? Das habe ich schon, das. Was war das? Ah, der T-Raum, genau. Der T-Raum? Den kann ich mir so gar nicht erinnern. Hm. Okay. Sonst habe ich alles. Ja, Pachinko und Orchide, klar. Bei Pachinko habe ich doch einen, ne? Da, ja. Dumm ist, ich kann drumrum nicht wirklich irgendwas hinbasteln, weil... mir die Gäste für die, äh, Tatami-Rooms, also für die normalen, äh, Schlafräume dann aufs Dach steigen. Da heißt es dann... dass die Arcade zu laut ist. Ich habe überall Popular with Seniors. Ich glaube, ich bin Seniorenheim entstanden. Onsen. Muss meine Targets ändern. Young Couple. Du fliegst draus. Du kommst rein. Miss Woman. Du bist... Bestie-Chef, ähm... Housewife, so. Baumquote, wenn wir sie hochtreiben. Ähm... Invest. Ja, genau, jetzt ist keine... keine Advertise da. Na, okay. Ich muss mal einen Tick warten. Ah, okay. Kaffee ohne. Mhm. Ah, das ist auch einer, den man einladen kann. Ja, pack mal hier unten rein. Kann ich da einen Kaffee aufmachen? Das wäre geil, ne? Oder er ist für die Bar zuständig. Das kann natürlich... Kaffee ohne... Ja, kann für die Bar, kann für ein Kaffee sein. Lassen wir uns überraschen. Ah... Nest ist gleich vorbei, dann kommt der... Kaffee ohne. Dass mir hier en down new angezeigt wird. Das macht mich ein bisschen weich. Ich denke an down, hey geil, neue Sachen. Aber es ist nur dieses neue Eingangstor. Die Arcade-Halle muss ich irgendwie packen. Ja, ist halt keine Hall, ist ja auch kein Room. Sorry for the bad wording. 1028 und zwei Punkte in der In-Popularity. Das ist doch... Jo. Bin zufrieden mit. So, ein neuer Tag. Neues Glück. 9 Uhr. 10 Uhr haben wir schon. Oh, und jede Menge Leute, die über Nacht, die einen zweiten Tag bleiben. Sehr gut. Und dann haben wir den Kaffee ohne. Ich bin gespannt. Sei bloß begeistert, mein Freund. Naja. Okay, noch ein desaströser Besuch. Wunderbar. Und der geht gerade genau in die Wending-Maschinen, die ich glaube, die schlechtesten Werte hat. Oh, Mist. Ja, okay. Bei ihm knackt es die 5... Oder? Ne, nicht ganz. Die 5%. Obwohl, was macht er jetzt noch? Lesen, oder? Oh, er geht essen. Oh, shoot. Ja, das Essen hätte nochmal Punkte bringen können, weil er ist ja Gastronom. Aber, ja. So wird das nichts. Und Geduld hat er auch keine, wie wir gesehen haben. Ja, das war wohl nichts. Das ist ja gewesen. Ein Shop. Okay. Ja, schade. Popularity. Okay. Da gibt's doch was für. So, hier kann man jetzt ganz gut sehen, dass jede Menge Items, oder jede Menge nicht, aber einige Items dazugekommen sind. Äh. Und ich hab nichts für die Popularity. Okay. Oh, mies. Ähm. 40. Okay. Immer 40. Aber noch. Hier aber noch. Nein. 31. 18. 35. Ja, ich glaub, Popularity von dem... Ah, vielen Dank. Von den einzelnen Facilities hätte wirklich schon ein bisschen höher sein können. Es gibt sogenannte Popularity Seeds, mit denen kann man, äh, das boosten. Ja, aber genau die kann ich gerade nicht kaufen. Aber ich vermute mal, dass das auch das Problem bei der Beauty-Dame ist. Also, schalten wir erstmal ein bisschen Werbung. So. Advertiser ist bei 27%. Target sind auch ganz gut. Ich glaub, Young Puppel, äh, Young Puppel, genau. Young Couple. Schmeiß ich mal raus. Hier wird was Neues angezeigt. Der Artist. Ja, Artist ist doch gut. So. Wie sich das Ganze weiterentwickelt, meine lieben Liebenden, das, äh, sehen wir in der nächsten Episode. Mal gucken, ob wir dann schaffen, entweder den Kaffee-Owner oder die Beauty-Dame zu uns zu kriegen. Und, äh, bis dahin. Viel Spaß, bei was auch immer ihr macht. Und, wir hören oder sehen uns. Bye, bye.